Musik Also ganz kurz zu meiner Person, ich heiße Kathrin Fuchshuber. Ich bin im Hotel Münchner Hof in der Tendergasse in der Altstadt aufgewachsen. Ich wollte hier ein Hotel. Meine Eltern haben mir auch das ermöglicht, dass ich nie in einem Hotel arbeiten brauchte. Ich bin studierte Kommunikationsdesignerin und Marketingfachfrau. Ich durfte mich in der Welt austoben und bin aus persönlichen Gründen nach Regensburg mit Kindern mit zwei wunderbaren Töchtern zurückgekehrt. Und eines Tages, 2010, meinte meine Mutter so, jetzt hast du allen Vorstellten in der Welt die Hand geschüttelt. Wie schaust du aus, kannst du jetzt bitte mal ins Hotel reingehen? Und ich habe gesagt, gut, ich gehe rein und schaue mir das an. Damals war ich, 2010 weiß ich jetzt nicht, ich bin heute 55, bin ich rein und habe gesagt, ich schaue mir das an. Ich arbeite ein halbes Jahr intensiv mit und wenn es mir einen Spaß macht und wenn es mein Herz erfüllt, dann mache ich es, ansonsten nicht. Ich bin rein, mir hat Spaß gemacht. Ich habe ein, das hat die Kollegin vorher auch gesagt, das Wichtigste ist, dass du ein super Team hast. Ich habe sehr kommode Gäste, sehr smarte und seit 2010 entwickle ich das Hotel Münchenhof und den blauen Turm, mitten in der Altstadt. Das allererste, was ich festgestellt habe, das allererste, was ich festgestellt habe, ist, alleine geht es nicht. Aber jetzt fange ich mal an und zwar, also, ich habe das Hotel Münchenhof und die Dépendance blauer Turm. Wir sind glorreich, mitten in der Altstadt, das hört sich ganz, ganz toll an und es ist auch wunderbar, aber es hat so seine Tücken. Für was lebe ich? Ich lebe davon, dass Gäste zu mir kommen, sich bei mir wohlfühlen. Ich lebe vom Zimmerverkauf und, ja, genau, vom Zimmerverkauf und vom Bett. Wie komme ich denn so? Naja, die kommen mit dem Auto, mit dem Bus, mit dem Radon, mit dem Zug und einige mit dem Flugzeug, sprich dann wieder mit dem Taxi oder aber jetzt dann, Gott sei Dank, endlich mit der Bahn. Weil, für alle, die es nicht wissen, Regensburg war noch nicht in München an den Flughafen angebunden, aber das ist ja jetzt anders. So viel anders ist es aber gerade nicht, weil es funktioniert noch nicht so richtig. Dann habe ich mir überlegt, naja, wie muss ich mich denn auf meine Gäste einstellen? Und ich habe festgestellt, Herrschaftzeiten, 44% kommen ja da mit dem Auto, 15% mit dem Bus, 22% mit dem Fahrrad. Sie glauben nicht, was bei uns los ist im Innenhof, wenn die dann im Sommer alle da sind. Weil, komischerweise, ja, ruhe ich gerne auf den März. 14% kommen mit der Bahn, das sind die brevsten Gäste sozusagen, weil die toten dann von der Bahn drauf zu mir in das Altstadthotel, das geht. Und 5% kommen mit dem Flieger, die sind auch sehr entspannt, weil die werden gebracht. Und was haben die jetzt für Bedürfnisse? Was muss ich denen jetzt mobilitätsmäßig hinstellen? Naja, die Autos und die Busse brauchen normal Parkplätze. Jetzt habe ich natürlich gerade der Kollege gesagt, mein Line ist mit euch. Also ich fände es super, wenn ich mit dem Fahrrad zuparken dürfte. Da wäre ich aus dem Schneider, da bräuchte ich über gar nichts mehr nachdenken. Was wollen die denn noch? Mensch, die wollen eine komfortable Anfahrt. Was wollen sie? Sie wollen ihr Auto nicht auf der grünen Wiese stehen lassen. Die wollen ein einfaches, schnelles und sicheres Parken. Wir haben ein Vier-Sterne-Haus. Die wenigsten reisen da mit einer alten Kiste an. Sondern die haben die, und die Autos werden leider immer größer. Also auch Autos, sag ich mal, wie VW und wie die alle heißen, bei uns in der Gasse, wenn die Hotelgäste, die dürfen vorfahren, da haben wir schon immer einen halber Herzinfarkt, weil die Autos immer breiter werden. Und was wollen die dann bei mir? Naja, die wollen vielleicht, dass ich ihnen ein E-Bike leihe und die sind angewiesen auf den ÖPNV, also auf den öffentlichen Verkehr, wenn sie sich denn in Regensburg bewegen. Die Busteilnehmer sind ja eigentlich die Liebsten, die kommen, der Bus schmeißt die raus, der will dann ein einziger sicher parken. Die 50 sind wunderbar, die werden begeidelt. Die werden, wenn die irgendwo eine Auswahl machen, kommt der Bus holt die ab. Also das sind eigentlich die unkompliziertesten. Bei den Radlfahrern hat sich ja sehr viel verändert. Die kommen jetzt alle mit E-Bikes. Also hier haben wir natürlich, wir haben jetzt lauter E-Bike-Stationen. Aber es ist jetzt so, ganz viele wollen ihren Akku mit aufs Zimmer nehmen. Jetzt haben wir aber Brandschutzprobleme. Weil wenn der sein Akku auf den Holzboden im Zimmer lädt, findet das der Brandschutz nicht drin. Also müssten erstmal dafür wieder so, sagen wir, brandfeste Kisten gekauft werden und dann können die ja brav auf dem Zimmer laden. So, aber meistens nehmen sie die Kiste mit drauf und legen ein Akku daneben. Die mit dem Zug sind auch cool. Also die wollen dann vielleicht mal ein bisschen ranfahren. Die wollen vielleicht mal ein Carsharing haben und ansonsten die öffentlichen Verkehrsmitteln. Und was wollen sie denn alle? Also Entschuldigung an die Kollegen, sie wollen alle wahnsinnig nachhaltig sein. Weil nachhaltig, also wer heute nachhaltig ist, der hat ja total verloren. Ich kann das Wort nicht mehr hören. Also in Regensburg, die Tourismus ist so wahnsinnig nachhaltig. Also es ist unglaublich. Auch wenn sie es dann fragst, wie wahnsinnig nachhaltig sie wirklich sind. Also da dreht sich einem der Wagen um. Weil sie sind alle ISO-zertifiziert und nachhaltig zertifiziert und Green Meeting und das und jenes. Aber in Wahrheit, wenn du richtig hinschaust, ist es doch nicht so. Ich nehme euch jetzt mal außen vor, ihr macht es super. Also in Regensburg ist jeder, der sagt, er ist nachhaltig, der lügt. So, jetzt mache ich einen kleinen Schwenk. Also nochmal, ich habe dann gegoogelt, was heißt denn nachhaltig eigentlich? Das habe mich dann mal selber interessiert. Das ist ein Leitmotiv für eine ökologische Modernisierung. So, das ist, Modernisierung beinhaltet einen Zeitraum. Ich modernisiere nicht etwas in drei Minuten, nicht in einem Tag und nicht in einer Woche. Sondern da liegen ganz klare wirtschaftliche Pläne dahinter, die auf die Zukunft ausgerichtet sind. Und warum mache ich es? Ich habe zwei Kinder. Zwei wunderbare Töchter. Und mein einzigster Wunsch ist, ich möchte ihnen eine Welt hinterlassen, bei der ich mich eingebracht habe, dass sie gute Luft atmen und dass einfach das Klima stimmt. Das ist mein persönlicher Anspruch. Und das hat nichts mit einem Wort zu tun. Das hat mit keinem Konzept zu tun. Sondern das ist mir einfach eine Herzensangelegenheit. So, und deshalb habe ich mir überlegt, was ist denn möglich? Wir wurden 2010, äh 2011 Entschuldigung, waren wir die Ersten, die im Umweltpakt Bayern waren. Wir sind, das würde jetzt zu weit führen, warum wir da reingekommen sind. Wir haben damals den Blau Turm umgebaut und modernisiert und den Münchner Hof. Das hat was mit dem Blockheizkraftwerk zu tun. Das hat was mit, wie gehe ich mit denkmalgeschützten Fenstern um? Was setze ich davor, damit ich einfach nicht so Fenster rausheiz? Das ist ein sehr schwieriges Thema in Deutschland. Ich würde wahnsinnig gerne Solardächer auf mein Dach packen. Ich habe unglaublich viele Dachflächen. Aber fangen Sie mich mal an, was dann der Denkmalschütz sagt, wenn ich anfange, da drinnen Solarmodelle, Solarplatten auf mein Dach zu schrauben. Dann ist bei der nächsten Überfahrt, ja stehen die zu fünft, da verhaften ich. Dann haben wir uns überlegt, jetzt heuer, wir haben, die Stadt Regensburg hat Lasten-E-Bikes gefördert. Wenn die Stadt mal ein Geld rausrückt, dann sind wir sofort dabei. Dann haben wir jetzt drei Ränder gekauft, ein Lasten-Bike für mich, weil meine Kinder gesagt haben, Mama, du bist zu jung, um E-Bike zu fahren. Reine Lüge, draußen steht das Rad für die Gäste, mit denen ich dauernd unterwegs bin. E-Bike ist ganz toll. Ich radere immer in die Stadt, also wer mich in der Stadt kennt, der kennt mich nur mit dem Fahrrad. Und wir versuchen, alle Fahrten zu machen mit dem E-Bike. Es gibt selbe Konzepte wie bei euch, das Personal darf das nehmen. Wenn uns irgendetwas ausgeht, dann raden wir vom Münchner Hof in die Metro oder wo auch immer wir hin müssen. Und wir, sag ich mal, verschenken und vermieten das E-Bike selbstverständlich an unsere Gäste. Ab Januar habe ich Strom eingekauft, grünen Strom. Der kommt natürlich ausschließlich vom Pfaffenstein. Ist ja auch totaler Blödsinn. Geht ja gar nicht. Wenn jetzt jeder, der in Regensburg einen grünen Strom kauft und hat das Zertifikat mit Pfaffenstein drauf, dann, sag ich mal, ist dabei kein Wasser mehr drin. Aber gut, ab 1.1. haben wir auch grünen Strom, wir haben grünes Gas, sag ich mal. Und wir sind dabei im Pilotprojekt Bayernhafen. Ich weiß nicht, wer von den Regensburgern weiß, der Bayernhafen, das war eine Idee von Uber. Die war sehr geheim, also die war gleich so geheim, dass gleich auch einer wusste. Die haben jetzt zwei E-Autos, werden die jetzt anschaffen. Und die wollten das für die Altstadt-Kaufleute machen. Das heißt, die zwei E-Bikes, das eine steht am Blacherplatz, das andere noch am Petersweg. Und wir können uns dort anmelden und können uns diese E-Fahrzeuge ausleihen. und eben, sag ich mal, unsere, also jetzt eben ursprünglich die Kaufleute, jetzt auch für die Hotels, unter Umständen Hotelgäste-Shuttle, weil wir haben eben durchgesetzt, dass es nicht nur ein Lieferfahrzeug ist, sondern auch ein Siebensitzer. Also wenn wir dann Hotelgäste haben, schauen wir, ob die App gerade funktioniert und gehen dann in den Petersweg und hoffnungsfroh, dass der Letzte sich richtig eingeloggt hat, stehen wir dann mit sieben Gästen und das Auto ist da und wir fahren los. Also wie gesagt, Pilotprojekt, das heißt ein Pilotprojekt, also es ist Stutz für manchmal, aber da muss man durch. So, was ist denn der Trend? Wir reden hier alle von E-Mobilität und das ist auch richtig, aber was ist denn der wirkliche Trend? Und das ist jetzt nicht böse und gemein und hinterhältig, der Trend der Automobilbranche wird erstmal bis 2030 steigen. Ich bin hoffnungsvoll, dass da ganz viel E-Mobilität dabei ist, was uns aber parkplatztechnisch in der Altstadt und der Altstadt auch nicht weiter bringt. Ich sage mal, generell ist es mir egal, wie der andere ist, Hauptsache, sage ich mal, wir haben ein Konzept dafür und jetzt kommt etwas ganz wichtiges, das ist Regensburg. Regensburg, wie man reinfährt, weiß man nicht, wo man parkt, weiß man übrigens auch nicht. Jetzt dürfen auch die Radfahrer kreuz und quer fahren und die Autos fahren kreuz und quer und die Gäste rufen uns an und dann sagen wir, ja, ihr müsst jetzt so und so fahren, dann ruft er uns und sagt, nee, das ist eine Baustelle. Also wieso eine Baustelle, vor 10 Minuten waren da noch keine, vorbeifahren, nee, das ist eine Baustelle. Okay, wir haben Parkplatzprobleme, wir haben eine Analyse gemacht, wie viele Gäste in Regensburg in der kompletten Altstadt anreisen, das haben wir dann der Stadt geschickt und verkündet. Wie soll das weitergehen? Ihr habt das Museum der Bayerischen Geschichte gebaut, jetzt diskutieren wir mal nicht, ob das schön oder schlecht ausschaut, jetzt diskutieren wir mal darüber, dass die Besucher haben. Und wir haben damals, als das Museum der Bayerischen Geschichte gebaut wurde, haben wir gesagt, baut eine Tinkerage rein, weil wo sollen die denn parken? Ja, die fahren ja in den Dachauplatz, wie cool ist das denn? Dann haben wir jetzt, also, das Dachauplatz ist immer voll und dann haben wir jetzt auch noch das Museum der Bayerischen Geschichte. Super geplant, danke dafür. Also, eigentlich alles unmöglich. Weil, diese ganzen Themen kann ich alleine, Katrin Fußhofer, Hotel Münchenhof, mit meinem ganzen Optimismus und Visionär, wie ich bin, das kann ich nicht wissen. Da kann ich eigentlich nur beinend in der Ecke stehen und sagen, du, ich mache aus meinem Hotel das Studentenwohnheim. Es geht nur gemeinsam. Gemeinsam mit der Stadt Regensburg, gemeinsam mit dem Hotelverein, also wir haben vor fünf Jahren den Hotelverein gegründet, aus einer Verzweiflung heraus, weil die Leute, die uns eigentlich unterstützen wollen, uns nicht so wirklich unterstützen, also haben wir gesagt, unterstützen wir uns selber. Und eigentlich unten mit dem Stadtmarketing, mit der Faszination Altstadt und mit der Tourismus Regensburg. So, die drei Runden klammern wir jetzt mal aus. Wir sitzen, der Hotelverein Regensburg sitzt im Moment mit den Stadtwerken an einem Konzept für Regensburg. Welche Möglichkeiten haben denn wir? Wir haben lange überlegt, dann ging es los, ja super, die Stadtwerke, eure Gäste parken alle an der Conti Arena und wir shuttle die mit dem Emil, Emil ist bei uns der grüne Bus, der fährt mit E-Mobilität meistens, hat aber ein riesen Problem, weil der muss nicht so oft geladen werden. Diese blöden Batterien in diesem Bus gehen permanent raus und der Emil fährt nicht so, wie er soll. Also auf jeden Fall große Idee, die Gäste vor allem, die kommen die Arena rauf und werden mit dem Emil-Mobil praktisch geschuttert. So, oder auch die Leute, die in die Stadt wollen, haben wir gesagt, das ist super und was machen wir, wenn ihr gerne spielt? Dann haben die gesagt, ja dann geht's nicht. Problem. Wichtig ist, das Wichtigste bei uns ist, dass wenn wir an Sie kommunizieren, wie Sie zu uns kommen, ist das ein unglaublicher Aufwand. Bei euch ist es einfach, ihr habt ein Hotel und ihr habt eine Adresse und da fahren die Leute hin. Wir haben ein Hotel in der Altstadt, jeder in der Altstadt, das bin ich ja nicht alleine, wir haben ein Hotel und wir haben eine Adresse. Und dann muss der Gast schauen, wie er uns findet. Und wo er sein Auto abstellt, Emil-Mobil, also entweder mit einem EK oder aber mit einem Verbrenner. Ihr habt, glaube ich, heute das leidige Thema gehabt, ihr wohnst netterweise bei uns, die sind im Emil-Mobil da. Toll! Jetzt, ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt versteckt uns in eines dieser Parkhäuser? Nein, nein, aber es gibt irgendwo... Irgendwo, genau. Irgendwo, irgendwo haben wir dann eine Steckdose und da können dann die Teslas dieser Welt parken. Das ist natürlich, sag ich mal, gerade in der heutigen Zeit, wir hängen da einfach wirklich hinterher. So, jetzt haben wir aber eine Idee gehabt. Wir haben gesagt, es soll ein neues Parkhaus gebaut werden und wir hoffen und beten, dass es passiert. Und zwar am alten Eisstadion. Und wenn da ein Parkhaus gebaut wird, dann muss das so super sein und so toll sein. Und dann tun wir uns zusammen und dann machen wir einen Check-In-Counter in diesem Parkhaus. Das heißt, Sie kommen als Gast an, Sie fahren rein, Hoffnungsvogel Tesla, gehen an die Ladestation, gehen mit Ihrem Koffer an diesen Counter wie am Flughafen und geben den Koffer ab für alle Altstadthotels. Und wir schatten die in die Altstadt. Wir heißen Sie im Parkhaus willkommen, nehmen Ihre Koffer, ob das jetzt der Münchner Hof ist, das Goliaths, Orphée, wie wir alle heißen, fahren mit einem E-Auto, das muss natürlich klein und smart und zierlich sein, hinein in die Stadt und beliefern die Hotels. Und ich habe von meinen Eltern was gelernt. Erstens, ein Professorium macht man das, weil das hält für immer. Und zweitens, keine Lehrfragen. Also fährt dieses E-Mobil wieder ins Parkhaus und bringt nicht nur die Koffer, sondern wir leben ja in einer digitalen Welt. Die Galerie Erkaufhof, der Huck König lockt sich ein und sagt, der Gast hat mir das und das gekauft und ich rede jetzt, sage ich mal, von jemandem, der von außen kommt, in dieses Parkhaus fährt aus Cham, Lappersdorf, keine Ahnung. Und wir bringen auch die Einkäufe ins Parkhaus. Das heißt, Sie müssen dann, weil es ist so, für Regensburg das Allerwichtigste, das hat jetzt mit E-Mobilität gar nichts zu tun, ist eine lebendige Altstadt. Eine lebendige Altstadt mit hochwertigen Geschäften. Und wenn wir so ein Konzept nicht fahren, dann wären wir Rotenburg-Opter-Tauber, dann wären wir Disneyland und dann will von innen da keiner mehr rein. Jetzt zeige ich Ihnen ein paar Bilder, wie meine Visionen wären, wie so etwas ausschauen könnte. Ich bin jetzt, vorher war ich immer im illustrativen Bereich. Sie sehen, des zweiten Bildschirms oben ist ein Parkhaus in Wien. Die haben jetzt einfach mal Kronleuchter reingeholt. Ja, es muss so sein, dass Sie sagen, ich muss in dieses Parkhaus fahren, dass wenn ich ihn nicht gesehen habe, dann geht die Welt unter. Weil ich muss nochmal, der Gast oder der Tagesgast reist in Regensburg an und ich muss den so empfangen, dass der sagt, ich muss da reinfahren für kleines Geld und das ist so cool und hey, warst du schon in dem Parkhaus? Ja, so etwas muss es sein. Wie gesagt, das, was Sie das zweite Bild oder das Bild in der Mitte ist Roboting. Das ist in Frankfurt am Flughafen, dort werden automatisiert Koffer abgegeben und ausgegeben. Also das ist die Zukunft. Und wenn man jetzt dann schon was machen soll, ich habe jetzt extra für Sie nochmal beim Rahmen für Stadtentwicklung angerufen und Herr Sedlmayr meinte, 2024, 2025 sollte dieses Parkhaus gebaut sein. Also das ist ja für Regensburg schon wahnsinnig schnell. Das ist ja in sechs Jahren schon. Das ist ja unglaublich. So und deshalb möchten wir diese Visionen einfach allen mitgeben. Und das ist eine Chance für eine lebendige Altstadt, weil die kommen draußen an und zwar nicht nur der Hotelgast, auch der Tagesgast. Wir haben dann Radstationen, hoffentlich mit E-Bikes, mit der sich die Gäste, sag ich mal, oder die Besucher und auch die Regensburger einfach bewegen können. Und haben auch dann in den Parkhäusern, die vielleicht altstadtnah sind, also eine Vision, nicht die Stadt zusperren wegen Diesel, sondern die Stadt aufmachen. Das heißt, alle, die ein E-Mobil haben, dürfen zum Beispiel ins Nachbarplatz fahren oder an den Bismarckplatz und die Verbrennungsmotoren lassen wir draußen. Also das sind, wie gesagt, nur, ich lasse Sie hier nur an Visionen teilhaben. Meine zweite Vision optisch für Regensburg ist, es gibt tausende von Möglichkeiten, wo Stadtentwicklung hingeht. Und wir haben, wo ist denn der Herr, der mich nicht so nett unterhalten hat, der früh in einem silbernen Nagelgas gewohnt hat, da hinten sitzt er. Wir haben beide gesagt, ich weiß nicht, wer kennt denn noch den neuen Pfarrplatz, als es ein Marktplatz war. Doch so viele, gut. Ich bin an einem Pfarrplatz aufgewachsen, das war ein ganz lebendiger Platz. Dann hat irgendjemand die glorreiche Idee gehabt, wir machen alles weg und hat diese riesen Platten draufgelegt, die waren unglaublich teuer. Ob sie charmant sind, stelle ich mal in Frage. Aber wenn ich jetzt mal Visionär sein darf, warum sollte denn nicht anderen Pfarrplatz, wo wir den Platz haben, in einer zweiten Ebene, ich rede jetzt nicht vom Boden, in einer zweiten Ebene, so wie links oben natürlich, nicht so hoch um Gottes Willen, ein Rachenweg außenrum gehen und drunter ist dann der Marktplatz. Also man kann Städte auch modern entwickeln und das würde ich mir für Regensburg wünschen. Das ist natürlich, wenn ich mit dem bei der Stadtentwicklung aufschlage, dann sterren sie mir ein. Also Ihnen zeige ich das, weil von Ihnen kann mich keiner einsternen. Und für mich ist das Wichtigste dieser Satz, der ist von Aristoteles, den habe ich nicht erfunden, eine wahrscheinliche Möglichkeit ist immer einer wenig überzeugenden Möglichkeit vorzuziehen. Und das wären die Visionen und die Ideen für Regensburg von mir und vom Hotelverein. Wir kämpfen dafür. Wir sitzen am 27. November wieder zusammen mit dem ganzen, da geht es eben um Mobilitätskonzept Regensburg. Wir bringen uns da ein. Über den Hotelverein haben wir die einmalige Chance, dass wir gehört werden. Wenn ich da hinkomme, dann sagen sie, der Fuchshuberin halt wieder. Aber wenn ich komme, schlagen 38 Hotels auf, dann kannst du nicht einfach sagen, mit euch wollen wir jetzt nicht reden. Und wir haben gute Ideen, wir bringen uns ein. Und als damals dieses Konzept war für das Regensburger Kulturkongresszentrum, waren wir die eine der wenigen Vereine, die gesagt haben, wir unterstützen eine Altstadtberuhigung, aber nur mit Sinn und Verstand. Und solange das nicht durchdacht ist, bis zum Ende schmeißen wir uns mit allem, was wir haben dagegen, weil wir müssen in Regensburg wirtschaftlich bleiben, in der Altstadt. Das ist jetzt mehr, was ich Ihnen heute präsentiert habe. Man könnte auch sagen, vielleicht hätte man ja in Deutschland in Deutschland gesagt, das ist ein Themaverfehlung, es geht heute um E-Mobilität, aber das ist ja auch, sage ich mal, ein Konzept für E-Mobilität. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus